So, liebe Leute, herzlich willkommen zu Station Nummer 20. Herzlich willkommen zum vorletzten Rennwochenende, was heute startet, dieser Saison, bzw. überhaupt in 11.01.2018, herzlich willkommen in Italagos, Sao Paulo, Brasilien, eines der durchaus spektakulärsten und interessantesten Grand Prix steht uns jetzt ins Haus. Wir fangen heute an, am Freitag, mit diesem, mit dem freien Training, natürlich wie immer. Wie gesagt, das wird überhaupt das, auch das letzte, vorletzte freie Training für Red Bull werden, weil ich dann quasi, wie gesagt, Platonisch zu Williams wechseln werde, weil wir damit, damit, okay, weil wir damit dann auch in der Fall 2018 anfangen werden, äh, 2019 anfangen werden, so rum ist es richtig. So, wir gucken mal rein ins Wetter, oh, Qualify und Rennen trocken, das ist super, das ist noch so selten in Brasilien, weil, äh, wer die letzten Jahre so ein bisschen verfolgt hat, der weiß, Brasilien war immer für Monsunregen gut, ja, bekannteste war, glaube ich, 2006 als Giancarlo Fisicala im Jordan, damals diesen, einen absolut spektakulären Grand Prix mit Rennabbruch ETC gewann, oder 2005, der schwerer Unfall von Fernando Alonso, als er über den auf der Strecke liegenden Reifen von Mark Webber, ähm, fuhr, also, da sind durchaus einige Rennen, auch Nico Hülkenberg, der am verregenden Qualifying mal auf Pol fuhr, der leider am Rennen habe ich nur neunter wurde in Williams, ja, ähm, wir haben doch ein bisschen was zu tun, es gibt auf jeden Fall noch eine Entscheidung zu treffen, ähm, die ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, so, wenn ich jetzt nochmal den Motor reinpacke, in Nummer 6 wahrscheinlich dann, ich frage ich jetzt, wie viele Plätze kriegen wir, es geht wie gesagt immer noch um die mehr, aber gerade in Brasilien könnte ich, da gibt es natürlich eine Möglichkeit, okay, ja, genau, äh, wenn wir jetzt noch, könnten wir theoretisch noch einen Motor einbauen, wir haben 34%, also, äh, riskieren wir es, riskieren wir es, riskieren wir es, riskieren wir es, alle anderen Einheiten sind, glaube ich, frisch, ha, komm, nee, wir brauchen es nicht, was geht, wie ich will dieses Ding hier gewinnen, was hältst du hiervon? Nehmen wir mit, ja, gut, der würde uns ein bisschen was bringen, äh, ja, nächstes Rennen steht wieder in Brasilien an und wir fangen an mit dem ersten freien Training, keine Nachrichten, sondern, wunderbar, ja, vier Punkte Rüstern haben wir auf jeden Fall noch in der Kurzschule, wir, ähm, die müssen wir auf jeden Fall aufholen, das würde mit, mit bedeuten, selbst wenn wir gewinnen, hier mit 1 und 2, mit Ferrari, beide Autos in den Sand setzt, heißt das immer noch nicht, dass wir Kurzschule als Weltmeister sind, das wird, egal, welche Kosten jetzt wird, spätestens, äh, also, also früh ist es, ja, so, überhaupt im letzten Rennen in Abu Dhabi passiert, damit die Entscheidung definitiv gegeben. Mojia in Sao Paulo, an diesem Wochenende sind wir für Sie auf dem Autodromo Jose Carlos Pache beim großen Preis von Brasilien. Die Kurven 1, 2 und 3, das weltberühmte Senna S, sind eine Abfolge enger Links-Rechts-Links-Kurven, die besonders schwierig zu meistern sind. Der erste Linksknick geht außerdem noch bergab und sorgt für starkes Untersteuern. Darauf folgt eine schnelle Rechts-Links-Kombination durch die Kurva do Sol, die schlussendlich auf der Gegengeraden der Reta Oposta endet. Als 1990 die Formel 1 nach Interlagos zurückkehrte, wurde diese Kurve hinzugefügt. Es ist daher nur allzu passend, dass eine der besten Kurven im Formel-1-Kalender den Namen eines der größten Fahrer Ayrton Senna trägt. Geht man diesen Bereich falsch an, wird man womöglich überholt, wenn man Kurve 3 in Richtung der Geraden verlässt. So ist das. So, ähm, ja, wir gucken überhaupt mal aufs Wetter, vor allem was die Trainingszeiten, was das Training betrifft. Ja, also Training trocken, zweite Training trocken, dritte Training trocken, qualifying trocken und das Renntrocken. Also, wir haben ein komplett trockenes, was sehr, sehr selten ist in Brasilien. Trockenes Wochenende für uns. Komplett trockenes Wochenende für uns. Gut, dann können wir also das Brasilien-Trocken-Setter benutzen. So. Wir haben ein paar Programme, die während dieser Praktik-Sessionen fahren können. Ihr könnt die Details im Auto-Monitor verhören. Wir bekommen gute Daten für beide Reste- und Faktor-Teams, also sie sind gut wertvoll. Ja. Gut, dann gehen wir mal auf die Strecke. Fahren wir mal ein bisschen. Die Strecke ist relativ kurz, deswegen können wir auch ähnlich wie in Mexiko ein bisschen fahren. Wobei die Strecke in Brasilien so circa, ja, 10 Sekunden kürzer ist. Was von der Rundenzeit her, Mexiko waren wir mal 19, 18, ja, ich hab da, 1,15 hatten wir. 15, 0 hatten wir am qualifying, hat die Poolzeit gebracht. Hier sind wir wahrscheinlich immer 1,8, 1,9er Zeiten. Also wir sind definitiv mittig, oder? Die Strecke ist nämlich relativ kurz. Also in der ähnliche Rundenzeit, ich glaub, irgendwas mit 20 Rundenhänden. Ja, schaffen wir es, schaffen wir es. Es gibt nur eine Möglichkeit, dass es, ähm, dass es, ähm, dass es hier eine Entscheidung um die Konstrukteurs wir haben, gibt, die wäre höchstens pro Ferrari. Folgende Konstellation wäre das. Sowohl wir als auch Mexiko stoppen, wenn keine hohen, keine Punkte, und Ferrari wird erster und, äh, ja, höchstens dritter, also 1,3, wir dürften keine Punkte holen. Dann wäre der Titel klar, dann hätte Ferrari nämlich, äh, den Ferrari 50 Punkte holen, plus die 4, wären 44 Punkte, während, jetzt mit einem Doppelsieg und einem Totalausfall für Ferrari im letzten Rennen nicht nur von P1 zu verdrängen. Das ist die einzige Rechnung, die gehen würde. Also 1,2 oder 1,3, wir dürften keine Punkte holen. Ja, das wollen wir aber auch verhindern, auf jeden Fall. Wie gesagt, der Titel soll zu uns, äh, gehen. Wir wollen also Ferrari diesen Titel in reißen, den wir letztes Jahr in Mexiko klar gemacht haben, in der ersten Saison. Aber, jetzt wollen wir erstmal uns darauf konzentrieren, hier ein relativ gutes Wochenende zu machen, oder ein guter Eindruck, um die Trainingszeit zu machen. So, wir sind Bestzeit momentan im letzten Sektor, ungefähr eine knappe 700-Zelt, was mehr, fast 800-Zelt, vor Charlie Claire, obwohl, weil ich, äh, anmerke, dass LeClaire wahrscheinlich kein Problem sein dürfte, den zu verdrängen. So, jetzt 13, 2, 0, 0, Bestzeit. Aber das ist klar, das ist definitiv nicht. Ja, ich sage, die Rundzeiten sind kürzer, also ich denke mal, so ein 8, 9er-Zeiten, für wir hinbekommen, da müssen wir ein bisschen zu liegen. Aber wir fahren ja auch mit der allerhartesten Mischung gerade. Und Kimi Ray Köln sitzt im Ferrari, jedenfalls noch mal eine Bestzeit, und wir sitzen im ersten Sektor zum Besser, weil die jetzt alle mit dem Mediums natürlich ausprobieren. Der Ferrari muss natürlich pushen, die ich den hier ein bisschen unter Druck, weil wir dran sind. Wir haben sechs Punkte nach dem letzten Wochenende mit dem Weg genommen. Also, vier haben sie nur noch Vorsprung, es waren mal zehn, waren sogar mal mehr. Aber wir sind natürlich auch unter Druck, weil wir eigentlich, dass ich dieses Rennen gewinnen müssen, oder ich muss das werden, ja, doch eigentlich, wie es jetzt wächst wird, wäre das super. Ich habe nämlich trotzdem gezogen, auf den Rennungsmotor reinzuballern, weil ich halt keinen Bock habe, wirklich dieses Rennen wegzuwerfen. Ich habe das getan, wenn wir, wenn die WM schon entschieden worden wäre. Ja, wie gesagt, wir sind im ersten freien Training an diesem Freitag zu Gas. Das ist doch vorletzteren Wochenende steht auf jeden Fall an. Und wir haben ein 12-3 gesetzt mit der Runde. Ja, die 1-9 waren wir wahrscheinlich erst dann, packen wir wirklich die weichste Mischung geholt haben. Ja, klar, wir sammeln jetzt Zeiten ohne Ende. Wir fahren sogar für den Standardgemischung, aber momentan die Bestzeiten. Das ist ja passiert, die Medien funktionieren jetzt gerade komplett. Ja, Geschichte der Strecke Hinterlagers bedeutet, sowas wie zwischen den Seen, da sind die zwei Sehenden, wie sich die Strecke herum sind. Wir sind einige, eine Autostunde weg von, der Brasilien in der Millionenstadt Sao Paulo. Genau, diese Kriminalität ist äußerst hoch, also es wird tatsächlich den Teams empfohlen, nicht in offiziellen Klamotten rumzulaufen. Ich glaube, vor ein paar Jahren, oder letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, sind, glaube ich, sauber Mitarbeiter überfallen worden. Also da sollte man sich nicht als Tourist, wenn man da Brasilien entfährt, sollte man nicht unbedingt alles zeigen, also man sollte nicht mit dem dicksten Goldschmuck und den absoluten Markenklamotten rumrennen. Das könnte einem teuer zu stehen kommen. Wie gesagt, Bekannter von uns, die sind nämlich auch in Sao Paulo immer öfters unterwegs, auch die jetzt damals schon getroffen. Ja, Polizei macht nicht viel, weil sie selber Angst haben, weil hier fast alles bewaffnet ist und alles drum und dran. Also nicht fast alles, sondern gerade was die armen Gebiete betrifft. Es gibt es in Brasilien, gerade in den Favelas, gibt es sehr viel. Ja. So, wir sehen eine Sekunde vom Max Verstappen, auf jeden Fall. Das ist schon mal gut für das erste Freitraining. Das war es dann auch schon wieder. Das war es dann auch schon wieder. Wir sind sogar noch dritter. Ja gut, aber die fahren super soft. Nochmal. Ein interessantes Training schauen wir uns noch einmal die Top 3 an. Viertel, Woters und Richter. Die Trainingsbestzeiten stehen fest, aber die Punkte werden natürlich erst beim Rennen vergeben. Wir sind bald wieder mit noch mehr Formel 1 zurück. Ja, wie gesagt, nochmal. Wir sind dritter mit dem Medium. Knappe eine halbe Sekunde vor hinter den Ferrarien, mit dem Mercedes. Also wie gesagt, wenn man selber super soft fahren würde, oder das da fahren würde, würden wir wahrscheinlich da oben auch mit drin stehen. Also dementsprechend bin ich auf jeden Fall zufrieden mit dem Ergebnis aus dem ersten Qualifikations- Aus dem ersten Aus dem ersten Training. Ich denke, so drei, vier Ründchen sollten wir mal fahren pro Training. Ich war also dadurch die Strecke gehörter. Das sieht in Abu Dhabi nächste Woche nämlich deutlich anders aus. Dann bin ich ja jetzt im letzten Rennen Zehntag geworden. In der Sonntagsliga. Also ich nehme jetzt schon wieder zwei Tage quasi. Ne, einen Tag. Einen Tag nach dem letzten, nachdem ich das Mexiko-Wochen-Rennen aufgenommen habe, nehme ich jetzt schon mit das Brasilien-Wochen-Rennen. Aber ich würde mich jetzt auch ganz gerne durchziehen. Und vor allen Dingen, die Woche, also jetzt, wo ich, wenn diese Folge rauskommt, bin ich bei meiner Freundin. Deswegen habe ich nur nicht so viel Zeit, unter die Spielschicht, also mega viel Zeit, viel vorzubereiten. Deswegen habe ich jetzt quasi die Folge raus, soweit es noch geht. Um halt quasi auch ein bisschen Luft zu haben. Gut. Ja, Training 2. Gehen wir rein. Liebe Leute. So, da sind wir wieder am Start. Training 2. Wie gesagt, das Brasilien-Wochen-Rennen wird komplett trocken werden. Das ist auch sehr, sehr selten. Wobei, ich glaube, das Wetterbrüste kann auch durchaus mal ein bisschen verrückt spielen. Aber freue ich mich. Definitiv, dass es durch was Trocknisses ist, das bringt uns auf jeden Fall tatsächlich ein bisschen ein bisschen ein bisschen mehr an die Favoritposition. Wir müssen ja, wir müssen im Idealfall nur mal hier ein Doppelsieg. So. Kleiner Verbrennser in Senna ist. Einer der berühmtesten Formel 1-Fahrer. Der ist viel zu früh verstorben am 1. April 1994 in Himmola. Aber man vergesst natürlich auch, das vergessen sehr viele, einen Tag zuvor war die Fall des Roland Ratzenberger gestorben. Das ist auf jeden Fall auf jeden Fall von hier. Und da der weitere taurige Nachricht kam Anfang der letzten Woche neben dem Fußballer Manfred Burgsmüller starb auch der langjährige Mercedes-Team-Chef Niki Lauda im Alter von 70 Jahren. Auch da natürlich mein herzliches Beileid. Wenn ich mir das vorstellen kann, dass in Monaco die Folge rauskommen ist das natürlich schon durch. Und wir haben dicke Trauerflore an einigen Teams. dass nicht nur bei Mercedes-Triben angebracht wird. So, Magnus Seminar 13.9. Wo wir mal wieder ein bisschen erfreulicher. Wir wollen natürlich unsere zwei Sätzen. da war es 11.8. Das war so natürlich besser durchgekommen. Das ist ja da. Wir brauchen auch noch eine Runde mit dem Soft-Reifen. Das sind wir jetzt unterwegs. Wir wollen natürlich der Bestzeit sitzen. Der erste Sektor ist schon mal wieder Violett. Aber das hat man mit den Mediums auch drei Runden lang. Wobei ich glaube, ich bin wieder unterwegs auf dem Standard-Gemisch. Das machen wir jetzt auch wieder hoch. Jetzt brauchen wir noch einen Versuch auf jeden Fall oben in der halbege annehmbare Fett zu fahren. Vielleicht schafft man sogar eine 1.10er oder eine 1.9er Zeit. Das wäre natürlich ideal, wenn wir unter 1.10 bleiben würden. Zumindest der Vettel fickt die 1.11.5, aber die werden wir auf jeden Fall gleich knacken. Das wird ein 10.7 werden bei der ZB6. die Sekunde von dem Ferrari. Hä, was ist denn der halbe so rum? Das liegt ja bei der Gefahr in 1.11.3 oder so. Oder halt der 5 oder sowas. Das ist immer eine gute Sekunde von dem Ferrari. Das ist ja gar nicht mühscht, weil wir sind ein haushoher Favorit gerade, was die Strecke betrifft. Was das Rennen betrifft. Und Passilien gehört auf jeden Fall mit zu einer meiner Lieblingsstrecken neben Kanada und Ungarn. Ich weiß nicht, ich könnte mal die Kommentare schreiben. Das sind dann eure absoluten Lieblingsstrecken. Also ich mag ja so diese schön engen Strecken. Wie gesagt, ja, das ist so mein Highlight. Versuchen wir es mal. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Gehen wir ins 9er Zeit hin, liebe Leute. Ah, da fehlt uns ein bisschen was. Minimal 1, 10, 0, 4, 7. Wie gesagt, das geht schnell mit den drei Runden. Wenn du eine Chance hast, schau dir sicher, dass du einige unserer Praktisprogramme Sie müssen nicht alle in einer Session aber es gibt wichtiges Daten, um die Rennstrategie und Fahrradentwicklung so. So. Ja, anderthalb Sekunden sind wir vor dem Ferrari, also wir sind auf jeden Fall klar da auf Klaus, liebe Leute. Oh, Hartley, auf vier. Aufsindsoft. Peres, Hamilton, Rutsch da rein, also. Ja, jetzt ist, er wird ihn verstoppen. Ich weiß nicht, wo der momentan rumkrebst. Der wird wahrscheinlich irgendwo, boah, das wäre, letzter. Ne, ist er nicht. Der hängt momentan Grosjean. Passt ab mir so sieben. Ja, ich hoffe, dass beim Red Bull noch mal ein bisschen was kommt. Ach, sogar jetzt mittlerweile. Aber wir bleiben über eine Sekunde vor dem Ferrari. Ein schneller Blick auf die Reihenfolge am Ende dieses Trainings. Hier sind die Top 3. Richter, Vettel und Lewis Hamilton. Das war es da mit dem Training. Wir sehen uns bald wieder. Ja, zweite Freitreding durch. Ich operations. Ja, das war es da mit mir. So, ums Scheuho, ist noch ein Headset gekommen. So, Training Nummer drei. Geh mal rein. So, genau. Wir gehen auf die Super Soft. Und dann gehen wir rein ins 3D-Frei-Training für heute. So, diesmal gleich Pfanner vergraben auf das Fettgemisch. Dann habe ich es mir die Zeit bekommen. Das habe ich gesagt, ein 10.0 hat mal eben 064, glaube ich, am Ende war es. Jetzt wollen wir natürlich der Alte mal einen nachsetzen. Jetzt wollen wir um 1,9, 1,8er-Zeiten fahren. Das ist auch den Super Soft. Wir sind jetzt ein Hausrober-Favoriten im Iran hier. Was die Pace damit trifft, sollten wir eigentlich gleich fahren mittlerweile mit Ferrari und Mercedes. Jetzt haben wir mal gut gearbeitet. Zunächstes Jahr im BDM-2011-2019 noch mal ein ordentliches Stück Arbeit werden, die da hinzubringen, wo sie mal herkamen. Denn die von ganz nach vorne. Die mein Weltmeister 97. Mittlerweile ist es traurig, dass er so ein und ein Team mittlerweile geworden ist. Deswegen wollen wir da auf jeden Fall hin. Also wir sind jetzt schon wieder zwei Sekunden drunter. Fast zweieinhalb Sekunden drunter unter der Paris-Zeit. Also die läuft gerade extrem. So, mal kurz hochschalten. Ich halte zwar nicht selber. Und wir sind langsamer als eben mit dem Soft. 100 Sekunden langsamer. Das tut mir nicht gerade mal so ein bisschen, weil die Zeiten auf jeden Fall sehr knapp sind. Ja, wirklich, der Atom ist sehr gut geschaffen zu sein für diese Strecke hier. Das hat was da in den letzten Jahren auch eindrucksvoll gezeigt. Im letzten Jahren nur von Esteban Ocon daran gehend hat, hier das Ding zu holen. Und er hat es klar verdient gewonnen. Er hätte es verdient gewonnen. Und vergessen natürlich die kleine Diskussion nach dem Rennen zwischen Verstappen und Ocon. So, die werden wir jetzt holen. Wenn wir jetzt wirklich einen Megaabflug oder einen Megafehler noch drin haben in der letzten Kurve. Sollten wir eigentlich hier die 105 irgendwo so rumklappen. So ein 4 sogar. Ja. Hier kommt einer aus der Box gerade. Schaut mal so, wie wir jetzt ein Ferrari sind. Das ist sowas für ein Vettel. Ne, jetzt hatte ich uns... Na, mich behindern würde er uns nicht nehmen. Ich bin aber ein bisschen am Arsch jetzt gerade. Na, die Runde wird nicht gut. Wenn wir weiter nicht reichen. Na, die Soft. Wobei ich will nicht in den Kopf sogar zu soft gehen. Dann gucken wir uns gleich in den Korre. Weil so ein Vodify morgen passiert. Und dann passiert es wohl nicht gleich heute Morgen. So, das ist nochmal schon ein bisschen zum Vorsprung. Ja, gebracht. So. Da habe ich mich auf jeden Fall dicke verzettelt. Gut, dass das hoffentlich eine Ausnahme bleibt. Gut, Platz 3 auf Medium. Platz 1 auf Soft. Und wahrscheinlich auch hier auf Supersoft. Ich will gucken, was der Ferrari sind. Das ist der Vettel jetzt gleich für eine Zeit auf den Boden sitzt. Aber nur 2. So, die Runde Reifen kannst du wahrscheinlich dann auch nicht mehr gebrauchen. Nachdem die so durch sind. Okay. Wir haben noch keine Standard-Programme über die Praxis gestalten. Es wird ein Boost-A-Car-Development geben, wenn wir diese Daten anbieten können. Wir sollten das so machen, bevor wir das Ende der Session machen. Wir sind durch mit dem freien Training. Sieht gut aus. 1,6 Sekunden auf den Supersoft vor Vettel. Das ist, finde ich, mal eine Ansage vor dieser Woche. Das ist ja Röttgen auf den 10. Sieht momentan gut aus. Hardly da oben drin. So, ja, die beiden Renault 4 und 5. Also wie gesagt, umso mehr Autos zwischen dem Ferrari liegen und zwischen uns liegen, umso besser. Bis zum nächsten Mal. Gut. Zack, zack, zack. Das war nicht mehr erfolgreicher Freitag, muss man sagen. Ja, ich rechne auch mit einem sehr guten Ergebnis, hoffen wir mal. Die wichtigste Information gerade zur Strecke. Ich glaube nicht, dass zur Strecke eine einzige Kurve irgendwelche Eigenheiten gibt. Ja, man kennt so das. Der wichtigste Punkt, den du im Kopf behalten solltest, ist, wo Covid-2, die aus dem Senna ist. Die andere Weise sollst du den späten Schallpunkt nehmen, damit du das Gas wieder bis Covid-3 durchdrücken kannst. Wenn du den Übergang von Covid-1 und 2 nicht hinbekommst, landest du dann wieder auf dem Kopf, oder du musst vom Gas gehen fester und gerade im Schneckentempo. Das ist eine Überraschung. Gut. Ähm. Das war's auf jeden Fall mit dem freien Training. Wir sehen uns dann morgen wieder zum Qualifikations-Training. Zum vorletzten. Jenerweil 2018. Bis dahin. Und auf Wiedersehen bei Let's Play. Äh, 2018 würde ich mal sagen. Wow. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank.